Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit HC Classic. So, da ist meine Schamanin und wie ihr seht, wir haben hier einiges zu tun. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ebenenschreiter. Und zwar, die sind ja hier überall und da brauchen wir noch vier Köpfe und die besorgen wir uns jetzt erstmal. Danach kommen ja auch noch die Zebras, den Faktorenköpfe brauchen wir auch noch, aber wir machen jetzt einfach die Schreiter. Ich hoffe euch geht's gut, kam ja jetzt ein paar Tage kein Video, aber im Moment ist es auch ein bisschen chaotisch mit dem ganzen Content. Es gibt so viele Sachen, die aktuell erledigt werden müssen und ja. Da kommt halt ein bisschen, da wird es ein bisschen, bis manche Sachen kommen. So, bevor der jetzt wegläuft. Oh, noch ein paar Zeilen. Oh, wir haben keinen Manner mehr. Sollten wir vielleicht vorher noch mal trinken. So, ich hab das gerade mal eingeklappt, um zu gucken. So, Werftmeister ist ja unten Richtung Ratchet, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir werden jetzt hier die Ebenstreiter machen, dann vereiteln wir Angriffe, werden wir wahrscheinlich extra machen. Weil bis wir das haben, das dauert auch. Gucken wir mal, wir werden mal schauen, wie schnell wir jetzt die Köpfe haben. Kommt eine Mietekatze. Kommst du auf mich zu? Ne, ich bleibe. Ne, hätte ja sein können, dass sie kommt. So, ne. Das dauert alles ein bisschen, ne. So, da sind auch Habtoren. Da, guck mal, da ist einer. Der kann uns auch gleich sein Köpfchen geben. Wenn wir hier schon mal durch die Gegend tun. So. Wieder nix. Und wieder kein Manner. Na, da greift schon jemand an. Bist du ein Krieger? Ja. Na gut. Dann lass ich dir den mal. So. Der war wahrscheinlich hier hinten gerade. Da müssen wir ja auch noch hin. So. Fünf von sieben. Gott, das dauert immer. Ihr könnt froh sein, dass in Retail das alles schneller geht. Hier rottet man die halbe Savanne aus für sieben Schneebel. So. Da gab es jetzt wieder kein Loot. Ich hoffe auf jeden Fall, deswegen geben wir die ja auch nacheinander ab, weil wir brauchen die Kohle auch, um uns Wasser zu kaufen, weil bis, wenn wir hier warten, bis wir endlich wieder Trinks haben, obwohl ich auch noch Mana trinke, sollte ich mir eigentlich gleich mal, wobei ich habe immer Sorge, wenn ich mir so Mana-Tank reinfeile, dass ich kurz darauf den Heiltrank brauche. Ist da? Das ist immer meine Sorge. Also ein bisschen erkältet, das ist ja auch noch. So. Wie widerstanden. Was soll das denn? So. Theoretisch könnten wir auch die Toten zünden, ne? Ich vergesse das immer. Ich vergesse das immer. Guck mal, da hinten ist auch ein Raptor, der diejenige wirklich schiebt gerade da rüber. So. Aber gleich wieder Mana, sonst muss ich hier mal hinterherlaufen. Ach, Müll. Müll ist immer gut zu verkaufen. Hat die jetzt Toten geworfen? Scheiße. So. Deswegen. Ich würde normalerweise, würde ich auch alle Quests nebeneinander machen. Aber, da mir hier wahrscheinlich, dass das alles zu knapp wird, nehmen wir hin. Ah, komm, wir machen erstmal die Köpfe von denen fertig. Da ist zwar ein Raptor, aber ich würde ganz gerne die Quests erstmal abgeben. Und dann können wir uns gleich die neue holen. Wo ich immer fluche, dass die ja vier Hufe haben. Aber wir keins kriegen. Wow. Ey. Wieder nix. Gibt's doch nicht. So, du gibst mir jetzt aber deinen Schnabel, oder? Du weißt gar nicht, konnte man da nicht eigentlich auch kochen mit? Ich glaube, das war's nicht, ne? Oh. Jetzt ist die Waffe auch nicht verzaubert. Jawoll. So, dann geben wir die mal eben ab. Übrigens, noch fünf Level, dann kriegen wir unsere Reisegestalt. Halleluja. Ich kann es kaum mehr erwarten. Ja, nicht mal ganz fünf, ne? Wir haben mal. So, Meister, kann ich dir mal eben... Genau, den Müll abgeben. Wir haben noch kleine Taschen, ne? Ja. Noch. Das dauert noch ein bisschen, bis wir die Größe anmachen. Jawoll. So, jetzt Zebras. Vorwärts zum Sieg. Und die Zebras sind eher hier vorne, ne? Da würde ich sagen, wir haben jetzt erst sieben Minuten. Wir gehen jetzt auch zu den, äh... Wie heißen sie hier? Die Grimmhauer hier vorne. Da sind auf jeden Fall die Jäger kritisch. Die sind kritisch. Da müssen wir echt aufpassen, ne? Weil die ja einmal einen Begleiter bei sich haben. Und, ja. Das kann dann schon... Echt gefährlich werden. Da ist ein Raptor. Da sind zwei Katzen. Ich überlege gerade... Sollen wir die Katzen... Komm. Bevor die uns auch gleich ins Kreuz rennen, wie der andere gerade. Machen wir die mal eben weg. So. Jawoll. Bis wir da vorne sind, kann ich dann heilen. Ich weiß gar nicht, ob hier auch noch einer rumrängt. Ah, da ist noch eine Katze. Ich brauche ich aber nicht. Ich brauche... Den da. Hallo. Von dem brauchen wir noch sieben. Dornwerker brauchen wir noch sieben. Oh, da vergessen die wir zu unterbrechen. So. Jo, ne, fehl'n Feuer. Ich überlege gerade. Können wir erst mal... ...die hier machen. Da vorne reingehen ist halt immer so ne Sache. Ich seh' auch gerade von hinten kommt... ...da kommt ein Jäger. Da läuft ein Jäger. So. Was ruht denn der Verbrennung? Kann man selber nicht wegmachen, ne? Oh, wir haben ne Banane. Kann ich den hier hinpullen? Bestimmt. Komm her. Ja. Ja, jetzt ist Totem weg. Hehehehe. Ja, mit Totem muss man mal so ein bisschen aufpassen, ne? Weil Totem kann uns auch... ...töten. So, da kommt ein Jäger. Lass mal eben ein bisschen tanken. Gott sei Dank brauchen wir davon nur drei. Gott sei Dank. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das waren ein paar zu viel. Auf einmal. Da sind auf einmal alle gleichzeitig gespawnt, oder? Drei Jäger auf einmal. Das waren sechs Mobs. Das hätte uns jetzt das Leben kosten können. Scheiße. Das hätte uns jetzt das Leben kosten können. Wo ist das Kraut? Da. Eieieieieieieieieiei. Ah. Schwierig. Ganz schwierig. Schwierig. Aber hier war halt auch eben jemand, ne? Wahrscheinlich sind die deshalb, ähm... ...sie sind auf einmal alle gespawnt. Da hinten kommt gleich wieder ein Jäger. Können wir mal kurz warten. Und dann... ...wollen wir den ersten Mal ran hier. So. So, jetzt ist es hier noch. So, jetzt da. Da drüben sind auch noch welche. Da kommt die bei einer anderen haben wir uns mal eben rein. Die gibt uns... ...vierzehn. Dann gucken wir das da. Habe ich noch bar food? Da. Einmal alles reinhauen, was geht. Hauptsache, wir sind gebufft. So, ich würde sagen, wir nehmen erst die... ...und dann die da vorne. ...und dann die da vorne rauskriegen. Na, komm her. Jetzt haut sie schon wieder ab. Ja, aber immer aufpassen wegen den Jägern, ne? Ist die besser wie meine? Ist sie nicht Ist da eine Kiste? Ja, scheint keine Kiste zu sein Komm, bleib hier Immer diese Leute, die abhauen Ist da was drin? Die kommt ja jetzt wieder raus Ah, komm her So Da war aber nichts drin Wir brauchen von denen noch einen Und von den anderen noch drei Äh, vier Und zwei Jäger Oh, ich hasse die Jäger Ich hasse die Jäger Die laufen halt auch immer so riesige Runden Da ist wieder ein Wasserträger Da hinten ist ein Jäger Okay Komm her, du Nö, 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 nö das ist ein Mannerspann Jäger? Ne, Wassersuche Ah, ja, komm, wir nehmen das denn Das Erz, kann ich nix mit anfangen Ich glaube nämlich, dass gleich von hinten irgendwo ein Jäger kommt Der ist doch gerade hinten rumgelaufen Komm her So, schön Schönes Zeug zum Verkaufen So, wir brauchen Zwei Wassersucher und zwei Jäger Da kommt gerade ein Jäger Lassen wir den laufen Holen wir den Der läuft da rüber, ne Oder läuft der zu mir Läufst du zu mir Oh, das ist viel zu viel auf einen Haufen Warte, warte, warte Und der Wo läuft der lang Ah, du kommst zu mir Das ist schön Na komm Das Futter macht richtig viel aus So Jetzt ist hier noch Oh Boah Ich glaub, der wär schneller gewesen Hätte ich den geschlagen So Essen 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 Nehmen wir das Da ist noch ein Jäger Ich glaub, den nehmen wir direkt Weil er gerade so frei ist Komm her du So So Und der Tier jetzt Mal mit Nein, das ist mir gar nicht Das tut ihm kaputt gemacht Gibt's ja nicht So No Das Ding ist dann auch weg So Dann haben wir noch einmal da Und einmal da Ja Dann haben wir's doch schon Komm her du Da wollte er nochmal ausholen Ach So Oh, das war der Falsche Oh, Level Up haben wir auch gleich noch Jawoll Ich glaub, warum wir ihn nicht mehr hinsetzen So Wir haben jetzt wieder zwei Quests Haben jetzt wieder eine Quest fertig Bedeutet Wir werden uns jetzt wieder zurück machen Ich glaub, ich geh mal auf die Straße, oder? Ist wahrscheinlich ein bisschen sicherer Ein bisschen Nicht wirklich viel, aber ein bisschen So Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch gemacht Und ich freue mich, dass wir wieder ein Level mehr haben Äh Verringert den durch Feuer Oh ja Schadensverringerung Ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt Dass wir weniger Schaden bekommen Wie viel Stapel gehen denn da rein? Drei Oh, das ist gut Hab ich noch einen Punkt übrig? Nee, ne Ja, die sind noch nicht fertig hier oben So Dann tun wir das jetzt hier verkaufen Und schon wieder zehn Silber Es ist nicht viel Hallo Aber Besser wie nix Langsam, aber es wird Und man sieht, es sind doch einige Leute am spielen, ne? Aber viele Jäger und Krieger Und natürlich auch Schamanen, habe ich viele gesehen Hände da unter Ach, Geomanten? Oh Jetzt kriegen wir die grünen Sachen Guck mal Wo sind die? Die sind weiter vor Okay Da gehen wir aber erst später Wir machen erst hier Ich würde sagen, wir werden jetzt beim nächsten Mal Gucken, dass wir die Zebrahufe machen Die Raptorköpfe Na, und Ja Aber ich werde mich jetzt erstmal wieder hier Achso, warte mal Erst der Müll verkaufen Habe ich eigentlich noch genug Kräuter, um was herzustellen? Sieht nicht so aus Ist doch etwas Was ist es? Hattet ihr hier nicht einer von den Rezepten? Seid sicher Was ihr wollen? Schreitereintopf können wir Was brauche ich denn dafür? Glänzend roter Apfel Die kriege ich glaube ich da drin Ich glaube den kriege ich vom Gastswert, oder? Weil dann könnten wir mal eben noch was zu essen machen Kriege ich den von dir? Ah, ich habe das Richtige für euch Jo, wie viel habe ich? Vier habe ich Ja, ist nicht viel Ich möge die ewige Sonne euch bescheiden Tischkocher Was ist doch eigentlich hier dran? Ja So Ach guck mal, es gibt sogar zwei Stück auf einmal Ja dann So Dann habe ich hier noch Brocken Eber Ja, da brauche ich nichts Das hier wäre ja nicht schlecht, ne Geräuschel dabei ist ein Fisch Aber ich glaube den kriege ich jetzt noch nicht Ne, ich glaube nicht So So, haben wir hier bei Alchemie noch irgendwas Na doch, den könnte ich machen Ach, die größeren Haltdrank habe ich noch gar nicht, ne? Neee, da fehlen mir glaube ich noch ein paar Punkte Aber hier, die könnten wir machen Aber das machen wir, wenn wir noch ein bisschen gesammelt haben So meine Lieben, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen Und ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Wenn wir weiter durchs Brachner Tja, ähm, Stiefeln Also, bis dahin, tschüss Tja, tschüss Tja, tschüss Tja, tschüss Tja, tschüss